Heute stellen wir euch die 10 Monate alte Smilla vor. Smilla stammt aus der Ukraine und wurde dort gerettet und lebt aktuell auf einer Pflegestelle in Nordrhein-Westfalen. Dort lebt die aktuell 40 cm hohe Hündin zusammen mit einem weiteren Hund, mit Kindern und mit Katzen problemlos zusammen. Smilla hat sich als offene, aktive und sehr freundliche Hündin herausgestellt, die auch schon super an der Leine laufen kann und sich über jede Aktivität sehr freut. Für Smilla suchen wir aktive Menschen, die viel mit ihr unternehmen und die Lust haben, mit der jungen Hündin natürlich auch noch etwas Erziehung zu erarbeiten. Wenn du dich in die hübsche, aktive Smilla verliebt hast, dann melde dich gerne bei uns. Den Link zu ihr findest du in der Videobeschreibung. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann teile, like und kommentiere gerne unser Video und lass auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal!